Heute häkeln wir dieses Häschen. Hallihallo ihr Lieben, ich bin es mal wieder eure Bianca vom Bullaus Team. Ich möchte mit euch heute einmal dieses Häschen häkeln. Ich habe mir gedacht, man kann das wunderbar. Ein Topflappen, hier in dem Fall gestrickt oder häkeln. Und dann jetzt passend zu Ostern einmal dieses Häschen drauf. Gefällt mir unheimlich gut. Die Wolle hier, die hier verwendet worden ist, ist von Novita, die Seven Brothers Raita. Oder Raita wird das ja ausgesprochen. Wir haben hier die Farbe 883. 100 Gramm haben wir 200 Meter Lauflänge, 75% Wolle, 25% Poly ist da angegeben, 3,5 bis 5. Das nun mal so am Rande für das Häschen. Da habe ich Baumwolle genommen. Ich in dem Fall habe hier die Eko genommen und das Blümchen ist Rose Petal. Ihr könnt aber, schaut mal, es gibt so viele verschiedene Farben von der Cotton Soft. Ich lege jetzt hier einmal gerade eins ins Bild. Und zwar Cotton Soft Decay von King Cole. 100 Gramm, 210 laufende Meter. 40 Grad waschbar, finde ich auch immer ganz toll. Ist hier, glaube ich, auch hier die 40 Grad. Kann man also gut zusammen. Vierer Nadel, 210 Meter, habe ich eben schon gesagt. Hier die Farbe ist Oister. 100% Baumwolle hat das Ganze. Guckt da gerne mal rein im Shop. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene Farben. Ich habe jetzt hier zu Hause noch ein paar Reste von denen. Ihr braucht da ja wirklich nicht viel von. Ich zeige euch dieses Häschen auch anhand von diesen beiden Farben. Ja, Vierer Nadel habe ich eben schon gesagt. Natürlich einmal die Schere, die Nadel zum Vernähen. Sollt ihr sowieso immer einmal zur Hand haben. Ja, dann würde ich sagen, dann lasst uns mal loslegen. So, wir fangen in der Mitte an mit dem Bunten. Also bei mir, in meinem Fall ist es Rose Petal. Ich mache das hier einmal gerade ab. So. So, wir starten mit einem magischen Ring, einem Maschenring. Oder wenn euch das zu schwierig ist. Ich habe viele, die sagen, ich kann kein Maschenring. Könnt ihr auch vier Luftmaschen machen und die dann zu einem Kreis schließen und dann in diesen kleinen Kreis da rein arbeiten. So, ich habe jetzt hier meinen Maschenring. Und da kommen jetzt acht feste Maschen rein. Ich komme hier einmal ein bisschen weiter runter. Ups, ich hoffe, das Klackern stört nicht. Ich bin im Laden heute. So, also wir gehen hier rein, holen uns den Faden, haben zwei Laschen auf der Nadel, holen uns den Faden und gehen durch beide durch. Und das machen wir jetzt insgesamt acht Mal. So, jetzt zieht man hier an dem kurzen Ende. Und dann schließt sich dieser Kreis. Und wir stechen jetzt hier in die allererste Masche rein. Die erste ist wirklich immer etwas friemelig. Aber es wird schon gehen. Und machen jetzt eine Kettmasche. Das heißt, wir nehmen uns den Faden, gehen hier durch die Masche durch und gleichzeitig hier durch diese Masche auch. So, jetzt arbeiten wir drei Luftmaschen. Ich glaube, ich komme jetzt, Upsala, nochmal ein bisschen weiter runter. So, drei Luftmaschen. Und jetzt arbeiten wir zwei zusammen abgemaschte Stäbchen. Das heißt, wir holen uns hier einmal den Faden, stechen hier unten rein, wo wir die Luftmaschenkette auch gerade gemacht haben. Holen uns den Faden, holen uns den Faden und gehen durch zwei Schlaufen durch. Jetzt haben wir hier noch zwei Schlaufen auf der Nadel, die bleiben auch. Holen uns wieder den Umschlag und gehen hier unten noch einmal rein. Holen uns den Faden und gehen wieder durch zwei. Jetzt haben wir hier drei Schlaufen auf der Nadel, holen uns den Faden und gehen durch alle drei durch. Jetzt arbeiten wir zwei Luftmaschen. Und jetzt in die nächsten sieben Maschen, da werden immer drei zusammen abgemaschte Stäbchen, weil hier mussten wir ja einmal in die Höhe kommen. Daher die drei Luftmaschen und zwei zusammen. Und jetzt arbeiten wir drei zusammen abgemaschte. Das heißt, wieder den Faden hier, einmal auf der Nadel drauf, den Umschlag, in die nächste Masche einstechen, den Faden holen und durch zwei. Wieder den Faden holen, in die Masche einstechen, den Faden holen und wieder durch zwei. Und das Ganze jetzt noch einmal. Den Faden holen, hier einen Umschlag, in die Masche rein und wieder durch zwei. Jetzt haben wir vier Laschen auf der Nadel, holen uns den Faden und gehen durch alle vier durch. Und dazwischen immer zwei Luftmaschen. Ich zeige euch das nochmal. In die nächste Masche einstechen, den Faden holen, durch zwei, Umschlag, in die Masche einstechen, den Faden holen, wieder durch zwei und den Umschlag, Masche einstechen und durch zwei. Jetzt haben wir hier vier Laschen auf der Nadel, den Faden holen und durch alle vier. Und dazwischen zwei Luftmaschen. Und das wiederholen wir jetzt, bis ihr acht solche Päckchen seht. So, am Ende die zwei Luftmaschen nicht vergessen. Und jetzt stechen wir hier am Anfang ein und schließen das Ganze wieder mit einer Kettmasche. So, jetzt kommt ein Farbwechsel. So, ich nehme jetzt das Helle. Ihr könntet aber auch schön einen Braun nehmen. Also da könnt ihr wirklich die Farben nehmen, die ihr möchtet. Ich arbeite mit dem Hellen. Gehe jetzt hier zwischen rein und hole mir hier den Faden und befestige das Ganze mit einer Luftmasche. Erstmal mit einer Luftmasche. Ich häkle jetzt diese beiden Fäden gleich mit ein. So, wir starten mit noch einer. Also wir brauchen zwei Luftmaschen insgesamt. Und wir arbeiten jetzt in halben Stäbchen. Stechen jetzt hier oben auf die Mitte hier von unser, ich sag mal von unserem Blütenblatt. Da stechen wir rein, holen den Faden, haben drei Laschen auf der Nadel, holen den Faden und gehen durch alle drei durch. So, jetzt kommt hier unsere nächste Lücke. Da kommen immer drei halbe Stäbchen rein. Eins. Zwei und drei. Und hier wieder auf diesem Blütenblatt ein halbes Stäbchen oben drauf. Na, da kommt es rein. Also in der Mitte hier in die Lücke immer drei halbe und auf dem Blütenblatt ein halbes Stäbchen. Und das macht ihr auch einmal Reihe rum. So, jetzt ist der Körper schon fertig. Ich steche jetzt hier oben ein und verbinde das Ganze mit einer Kettmasche. So, jetzt arbeiten wir hier den Kopf und zwar starten wir mit vier Luftmaschen. Und da wo die Luftmaschenkette hier unten, da stechen wir jetzt ein und jetzt machen wir ein Doppelstäbchen. Das heißt einmal den Faden um die Nadel und ein zweites Mal. Und wir stechen hier unten rein, holen uns den Faden, gehen einmal durch zwei, durch zwei und durch zwei. Und das Ganze machen wir jetzt noch zweimal und alles hier vorne in diese gleiche Masche ein. Zweimal um den Faden, um die Nadel gewickelt, das war jetzt ganz schwierig. Und immer durch zwei, durch zwei und durch zwei. Und das Ganze jetzt noch einmal. Durch zwei, durch zwei und durch zwei. Jetzt gehen wir eine Masche weiter und da kommen jetzt auch drei Doppelstäbchen rein. Eins, zwei und drei. Und drei Luftmaschen. Und hier vorne noch einmal rein und mit einer Kettmasche schließen. So, das ist jetzt der Kopf. Jetzt drehe ich das Ganze. Und hier sind die drei Luftmaschen, die wir gerade eben gemacht haben. Da gehe ich rein und ich mache jetzt zwei Kettmaschen. Eins und zwei. So komme ich jetzt nach oben. Und ich drehe das Ganze wieder. So, jetzt kommen elf Luftmaschen. Jetzt kommen die Ohren dran. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und elf. Jetzt stechen wir in die dritte Luftmasche ein. Eins, zwei, drei. Und machen eine feste Masche. Jetzt kommt ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. Drei auf der Nadel, drei auf der Nadel, den Faden holen und durch alle drei durch. Ein ganzes Stäbchen in die nächste Masche. Drei auf der Nadel, einmal durch zwei und durch zwei. Und jetzt kommen fünf Doppelstäbchen. Das heißt, wieder zweimal in die nächste Masche einstechen, den Faden holen und immer durch zwei. Den Faden holen durch zwei, den Faden holen durch zwei. Und das machen wir jetzt noch viermal. So, jetzt haben wir hier noch eine Masche über und da kommt ein halbes Stäbchen rein. Hier unten rein, den Faden holen und durch alle drei durch. So, jetzt gehe ich hier nochmal rein und mache dort nochmal eine Kettmasche. So, erste Ohr ist fertig. So, das zweite. Wieder unsere elf festen Maschen, äh, Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wieder in die dritte Masche machen das Ohr genauso. Eine feste Masche in die nächste, ein halbes Stäbchen. In die nächsten fünf, gar nicht wahr? Erst kommt ein halbes Stäbchen, dann kommt ein ganzes Stäbchen. Das habe ich jetzt übersprungen. Durch zwei und durch zwei. Und jetzt in die nächsten fünf wieder Doppelstäbchen. In die letzte Masche dann wieder ein halbes Stäbchen. Und dann sehen wir uns wieder. So, wir arbeiten wieder eine Kettmasche hier um diese Luftmaschenkette rum. Eine Kettmasche. Jetzt gehen wir schon hier unten, ich sag mal, am Rücken entlang und arbeiten mit Kettmaschen. Und das insgesamt neun Mal. Wir gehen jetzt theoretisch hinten am Rücken lang mit Kettmaschen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Jetzt arbeiten wir hinten das Schwänzchen. Und zwar starten wir mit drei Luftmaschen. Hier ein Stäbchen. Oder Blödsinn. Noch einmal zurück. Also, ich zeige euch das nochmal. Die drei Luftmaschen bleiben. Und jetzt brauchen wir zwei zusammen abgemaschte Stäbchen. So, wieder drei auf der Nadel. Faden holen durch zwei. Den Faden holen. Hier in die Masche einstechen. Faden holen. Haben drei Laschen auf der Nadel. Faden holen. Und durch alle drei durch. Jetzt gehen wir in die nächste Masche. Und arbeiten hier auch zwei zusammen abgemaschte Stäbchen. So, drei auf der Nadel. Und ruhig alle drei durch. Und wieder drei Luftmaschen in diese Masche hier. Wieder einstechen. Den Faden holen. Eine Kettmasche. So, wieder neun Kettmaschen hier unten am Rand lang. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und die neun. holen uns den Faden. Gehen jetzt in die nächste Masche. Und machen ein halbes Stäbchen. Und noch ein halbes Stäbchen in die gleiche Masche. Und noch ein halbes Stäbchen. Also drei halbes Stäbchen in diese Masche rein. Und das Ganze wird fixiert mit einer Kettmasche. Faden abschneiden. Und Faden vernähen. Das war's. Kleinen Moment. Ich bin sofort bei Ihnen. Ich habe jetzt Kundschaft. Aber wir sind ja jetzt auch fertig mit unserem Häschen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer freue ich mich oder wir uns über das Däumchen nach oben. Das Abo nicht vergessen. Und die Glocke, die müsst ihr einmal drücken. Dann verpasst ihr keins von den nächsten Videos. So, tschüss. Eure Bianca vom Bullhaus Team.